Wie hier bei BILD Live und hier sehen Sie unser gläsernes Studio. Ja und nirgendwo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Sie wirklich so nah dran wie hier bei BILD Live. Und hier sehen Sie unser gläsernes Studio, direkt vor dem Reichstag aufgebaut. Dort wird heute Paul Ronsheimer und Thomas Gottschalk gemeinsam natürlich die Wahl beobachten und viele, viele prominente Gäste begrüßen und wir schauen uns mal an, was da heute genau passiert. Das BILD Studio direkt am Kanzleramt. Näher dran als alle anderen. Am Zentrum der Macht. Paul Ronsheimer und Thomas Gottschalk berichten von hier live. Paul Ronsheimer und Thomas Gottschalk berichten von hier live. Paul Ronsheimer und Thomas Gottschalk berichten von hier live. Das Besondere an unserem Studio ist, dass wir so nah am Kanzleramt stehen und dass es das erste Mal ist, dass wir für BILD Live hier ein Studio aufbauen, aus dem berichtet wird von der Bundestagswahl. BILD Live am Wahltag. Dem längsten Wahltag aller Zeiten. Dem spannendsten Wahltag aller Zeiten. Live aus dem gläsernen BILD-Wahlstudio. Direkt am Kanzleramt. Ja, wir sehen uns so weit. meat für BILD index. BILD Live am Kanzleramt.